Der Bahnhof ist modern. Ich fahre Taxi. Das ist bequem, aber teuer. Du brauchst noch mehr Kleidung. Apprendre partout und toujours. Du kannst überall auf Apprends l'Allemand, la Ville des Mots. Sur Internet oder auf der Tablette mit Android oder iPad. Gratuitend und ohne In-App. Apprendre l'Allemand ist so easy.